Hallo Freunde der käuflichen Liebe, hier ist wieder euer Schulle mit einer neuen Folge Subnautica. So, ich will von der Aurora runter, hatte ich ja im letzten Part gesagt, und suche jetzt quasi den Ausgang wieder. Bin ich irgendwo schon mal? Moment, Maschinenraum, Seemotten-Dock, war das hier hoch? Ich glaube bald ja, ne? Mh, wir machen mal hier ein bisschen das Feuer aus. Hm, geh aus. Hm, ne, okay, hier oben ist nischt mehr. Dann mal hier hoch. Hallo, auf damit. Ja, das hier ist es, glaube ich. Das sieht gut aus. Jo. Das ist der Ausgang. Sehr schick. Ja, hat sich auf jeden Fall gelohnt, der Ausflug. Ne, Krebs habe ich, Zyklop habe ich. Sehr, sehr geil. Ich will jetzt nur mal gucken. Da unten war, ganz unten war, glaube ich, auch noch eine Tür. Ui. Ob ich die eventuell mit der Schuhkanone auch noch freilegen kann? Mal schauen. Irgendwie hier vorne rechts, glaube ich. Ach nee, da war ich schon. Ich fuchs. Na, den. Würde ich sagen. Einmal kurz. Sicherheitshalber speichern. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wann der letzte Autosave war. Von daher. Okay. Das war doch wunderbar, würde ich fast sagen. Dann. Das muss ich mal überlegen. Ich habe jetzt den Krebs und den Zyklopenbauplan. Äh, jetzt ist nur die Frage, wo kann ich das genau bauen? Kann ich das hier beim, oh Gott, diese mobile Maschinen-Dingens bauen? Oder wo baue ich das? Hm. Äh, hier könnte man auch noch mal eine Basis bauen, glaube ich. Könnte auch nicht schaden. Was bist du denn? Du siehst doch irgendwie nach einem Bauplan oder sowas aus. Du siehst doch, Rumpfragment. Na gut. Wieso habe ich Platz mit Inventar? Apropos Inventar. Prachtraum. Ist voll. Verdammt. Die Frage ist ja auch, ob ich jetzt noch diesen Strahlenschutzanzug brauche. Ich habe ja den Maschinenraum repariert. Oh. Das misst viel. Was war das? Äh. Hm. Ob es hier wohl was zu scannen gibt? Versuchen wir es doch mal. Na gut. So, Inventar ist voll. Gilt der Preis. So, passiert hier irgendwas? Joa. Ne. Gut. Alter. Haut ab. Halt doch hier AP01. Außenpost 01. Da will ich hin. Na und dann. Mal gucken, wie ich den. Zyklop und den Krebs bauen kann. Also normal würde ich jetzt echt sagen. An dieser. Ne. Wo ich auch die Seemotte gebaut habe. An der Station. Aber. Wissen tue ich es nicht. Das wäre natürlich schon geil, ey. Der Zyklop. Ich bin echt mal gespannt, wie riesig das Ding ist. Also im Moment stelle ich mir das echt richtig, richtig groß vor. Ach, siehste. Und ich muss noch, ich wollte ja nochmal in diesen, ähm, ja, Quallen, ne, ihr wisst, was ich meine, ne, wo diese leuchtenden Quallen und Pilze, sag ich mal, sind, ne, wo so auch so eine Unterwasserbasis war. Da müsste, wenn ich das richtig gelesen habe, irgendwo noch so eine Wasseraufbereitungsanlage sein, die man scannen kann. Die hätte ich natürlich auch ganz gern. Aber Vorrang hat erstmal Zyklop und Krebs. Definitiv. So, achso, halt. Jetzt erstmal, äh, shit. Kann ich nicht. Moment. Eieieie. Aha, ja, hm, nö, bringt mir alles nix. Das brauche ich auch nicht. Gut. So viel dazu. Äh, Titan. Ist voll. Ärgerlich. Da ist schon wieder ein Funkspruch. Äh, wo habe ich denn meinen Ausrüstungsspint? Hier, guck. Proben. Nicht funktionsfähig. Ja, supi. Das. So. Dann tauchen. Tauchen auch. Aber erstmal tauschen war die Maske wieder. Nämlich die Tiefseemaske wieder kriege. Tauschen. Ja, du wieder da rein. Wenn man die direkt tauschen könnte aus dem Inventar, das wäre schon geil. So. Hm, jetzt. Batterien. So. Äh. Hier sind die leeren. Die. Die. Und die. So. Sehr, sehr schön. Ich brauche hier erstmal nicht. Brauche ich was zu süffeln. Äh. So. Ich muss jetzt echt mal gucken, wo packe ich das ganze Zeug hin? Alter. Ja, der Mist. Oder, warte. Hier, da können auch die rein. Jetzt die erstmal. Hier ist Lithium, Rubine. Das Diamanten. Ja. Okay. Ähm. Jetzt muss ich erstmal gucken. Ich war doch direkt über mir quasi irgendwo, ne? Irgendwie so. Ziemlich. Da. Da ist das Ding. Nein. Jetzt habe ich die eingesammelt. Benutzen. So. Ja. Geil. Ich kann den hier echt bauen. Oh. Fuck. Fuck me, Alter. Oh, wird das geil. Oh. Was brauche ich dafür, Alter? Das wird hart. Okay. Schmierstoff. Kein Problem. Blei. Kein Problem. Erweiterter Kabelsatz. Sehe ich auch gar nicht mal das Problem. Blaststahlbarren. Ne. Wie gesagt. Dafür brauchte ich vor allem. Ähm. Titan. Was ich dann zu Titanbarren mache. Und. Blaststahl. Da muss. Lithium muss da noch bei. Immeriertes Glas. Habe ich keinen Dunst. Aber immeriertes Glas brauche ich eh. Da brauche ich auch Diamanten. Ja. Okay. Deck mich an den Füßen. Okay. Dann will ich jetzt erstmal gucken. Immeriertes Glas. Hui. Was brauche ich denn dafür? Glas. Ist klar. Immeriertes Glas. Pirscherzahn. Ich habe ein paar. Aber. Ne. Das waren die Dinger. Oh Gott. Wo habe ich die denn? Verblei. Hier. Drei Stück. Ich weiß gar nicht wo ich die herkriege. Ehrlich gesagt. Einfach indem ich Pirscher mit dem Messer schlage. Oder. Ob ich die so finde. Aber gut. Drei kann ich machen. Die machen wir auch erstmal. Und da ich jetzt nicht weiß. Ob ich für Glas zwei Quarz brauche. Beste. Mhm. Okay. Das stellen wir schon mal her. Immeriertes Glas. Pirscherzahn. Äh. Äh. Ja. So. So. Damit haben wir schon mal das. Und. Ich brauche jetzt erst nochmal einen anderen Spind. Hallo. Nicht hängen. Äh. Was ist denn jetzt mein Bauwerkzeug? Hier. Spind. 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 So. Hier. Das erstmal weg. So. Okay. Okay. Voll. Dann ist es so. Jede Menge Batterien. Leck mich fette. So. Ja. Das Zeug da rein. Das erstmal da rein. Gut. Äh. Dann Bauplan. Bauplan. Zyklop. Hier. Planstallbarren brauche ich. Titanbarren. Und zwei Lithium. Okay. Das kriegen wir auch irgendwie hin. Ich will diesen Zyklop. Schmierstoff. Alles klar. Dreimal Planstallbarren. Schmierstoff habe ich doch irgendwo. Oder kann ich zumindest so kommen. Habe ich keinen Schmierstoff mehr? Sieht nicht so aus. Okay. Nee. Gut. Dann. Schmierstoff. Haben wir. Dreimal Blei. Blei haben wir hier. Eins. Zwei. Drei. Ach. Quatsch. Warte. Da können wir jetzt. Die machen wir später. Dreimal Planstallbarren. Da brauche ich Titanbarren. Und zwei Lithium. Habe ich irgendwo noch Titanbarren? Willst du nicht ausschließen, ey? Naja. Anscheinend nicht. Okay. Ne. Gut. Dann nicht. Dann brauche ich 30 Titan. Gut. Gedrückt halten geht leider nicht. Einmal. Zweimal. Und dann fehlen mir noch. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Ne, Titanstallbarren waren das. Okay. So. Moment. Dreimal. Genau. Das heißt, ich brauche jetzt sechsmal Lithium. Puh. Oh. Scusi. Brr. Äh. Planstallbarren. Sechsmal Lithium. Genau. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Einmal. Zweimal. Zweimal. Oh, wie ich mich freue. Ich werde so geil. Das muss so geil werden. Und drei. Okay. Damit fehlt nur noch der erweiterte Kabelsatz. Und für den brauche ich einen normalen Kabelsatz. Ist zweimal Silber. Oh, ein Ding. Was war das? Hm. Äh. Zweimal Gold. Oh, ein Ding. Und ein Computerchip. Nochmal Gold. Zwei Kupfer. Einmal Gold. Zwei Kupfer. Zwei Tischkorallen. Zwei Kupfer. Einmal Gold. Und Tischkoralle. Ich weiß nicht, ob ich Tischkorallen habe. Ich glaube nicht. Das ist jetzt ein bisschen ärgerlich. Die muss ich erst abbauen. Ich würde sagen, die Folge ist hier erstmal wieder vorbei. Ich werde offscreen ein paar Tischkorallen holen. Das ganze Zeug schon mal herstellen. Und in der nächsten Folge bauen wir den Zyklop. Da freue ich mich so richtig drauf. Wenn es euch gefallen hat. Und wenn ihr das Mammut-U-Boot auch sehen wollt. Und ich hoffe, das ist echt so fett, wie ich es mir vorstelle. Geil. Dann lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke. Dann erhaltet ihr nämlich normalerweise Benachrichtigungen auf YouTube, wenn ich Videos hochlade. Und schaltet eventuell auch mal im Livestream oder auf meinem Discord ein. Schaut mal auf meinem Discord vorbei, wenn ihr Bock habt. Die URLs findet ihr unten in der Videobeschreibung. In diesem Sinne hoffentlich bis zum nächsten Mal. Haut rein. Euer Schule. Du, 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 du.